halle bei uns auf der seite ab dem ab dem wendor ab dem ab das auch noch ein ja johann 1 aber ich kann mich halt echt auch nicht konzentrieren wirklich auch noch nicht Ich hab richtig Copain nach dem MRT gekriegt, ich glaub das ist echt nicht so gut, diese Magnet-Sportler Das ist halt schon heftig, die ist halt sehr hochkünftig Junge, ich hab das gehört, wie konnte die ist? Junge, du musst ja Kopfhörer anziehen, sonst ist das hier zu laut Mit Kopfhörern ist das schon heftig Sonst gab es Trommelfellplatz Alter, wie? Ich hab doch direkt gesagt, hörn sie mal, die Kopfhörer können sich immer schenken Alter, hier, dieses... Was kann noch ein? Ah, jetzt bie ich wieder im Pieckmanns-Kartenbüste, ne? Mh Ist aber eigentlich nur noch... Das war auch keiner mehr, okay Geschossen Das 60 Punkte, die Wichser Die sind schon... Boah, hast du gesehen Kapu? Er hat der.. Das find ich noch ein… Ja, ja Get to the next HQ t ein erholt mich nicht alle hinter uns die augen ließen muss man sagen mps finde ich fast besser als die dinge woher kommt das unter mir du bist ja eigentlich gar keine mp oder doch hast du hier ist es genau mp und schon ach so ok beides diese augen ist hier kann man da warum hinterm schild hatte jemand anderes im schock statt ich hab's so nix wie töten die granate da nix drinnen alder ohne oh das um ich bin so dumm kann ja nur um sein maaa naja ey Luli ist nix von dir das der Gegner was heißt eigentlich dieses persönliche drone das ist nur drone für dich nicht für das ganze team das ist das ist das ist das ist das vollkommen geil ey vier Mann angeblich sind entschuldigung zwei zwei hab ich oh noch einer noch einer von uns Telefonzelle go go nate noch eine nate die 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 we are half way there keep going what the f**k halle halle ach sorry wo ist denn noch hmmm er nimmt er mir jetzt auf man chopper gun of them extrem pervers ok k kannst ja nicht durch die türen durchschießen das ist halt unruhig scheiße nein also du hast voll manchen ja ronino hq lost we have a personal radar drone uav is out disabling the hq enemy uav overhead uav is ready for flyover uav 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 du wansig du wansig egal ich habe noch nicht blinden versteht ja ich geh schon mal zum nächsten er wird er wird stehen bleiben h h Wow, das war doch schlecht ja so letztes bei euch auch so Nein. Ah, shit. Mp5 gefällt hier, wa? Wir machen die Mp5. Ich hab ihn weiterhin gebeten. Oh, der ist wirklich in der Tür. Nein. Kommt einer nach vorne. Ach, der ist am Headtrich. Ach gut. Wir sind in der Mauer im Headclitch, einer. Hab ihn. Einer so oben, einer so oben. Ja, der hat mich. Ist immer noch oben. Draußen. Echt so oben. Schauen. Noch in der Mitte. Der läuft jetzt da rein bei denen. Kommt hier. Achtung, Leid. Wir sind noch zu prüfen. We are out of time. Move. HQ captured. Ist aber ganz schön dran gekämpft. Ready. We move soon. Enemy presser overhead. Request to reconplay over. Copy. Falcon 3 on the radar. Push my radar coverage. HQ established. We have a personal radar drone ready for escort. We have a personal radar drone ready for escort. HQ active. Move to secure. We are at the HQ stand by. Yes. Yes. Ist jetzt doch keine Runde verloren, ne? Ne. Ja, ich hab gedacht, ich schaff die 40 Jahre her, weil wenn sie die letzten zwei Quartier sagen, wie kommen Kills gut. Ich hab auch am Anfang gewohnt richtig gut. Ganz schnell aus 15 Kills und dann ging's nur noch Stück für Stück. War voll der Krampf. Also, ich war konstant am zerbersten. Rasier. war voll der Krampf. Vielen Dank.